Wollen wir das Video drehen? Hey, das Auto fühlt sich an wie so... wie so S-800er. Dann bleiben sie so. So schwipp-schwapp. Guck mal. Ah, nee. Und auf Kreisverkehr. Und auf Kreisverkehr. Und auf Kreisverkehr. Aha. Braun gebrannte Muschis. Aha, geil. Halben? Ist das normaler Heißlein. Solche Weibern können wir sich gerne mal die Muschis von der Palme holen. Ja. Die könnten wir gerne mal einen von der Palme wählen. Ich komme echt lang super wie irgendwo in Mexiko. Ente ich an. Ja, nicht. Töne Zeit und auf Erden. Töne. Töne, Töne, Töne. Es k22. Die Nachtwecke, um Das war's für heute. Ja, das ist ein Schwinging-Pool. Cool, 6 ist da, Schwinging-Pool. Hans Grafen, Eifudel, so, Schwinging-Pool. 7% langtisch. Ja, ich sag ja, da in dem Winterwälder-Land sollst du da ein Grundstück kaufen und Hans Häusle und ein Swimming-Pool hinten aus. Das ganze Jahr, sag mal. Hier gibt's kein Schnee. Die kennen hier sowas wie Schnee nicht. Dann regnet's höchstens mal, aber das war's. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die geht jetzt wieder auf die Autobahn, oder? Die Autobahn geht da, der muss ja. Benje! Auf das Feuerzeug, packen wir an.